Guten Morgen miteinander, mein Name ist Rolf Frömer, ich bin der Technische Leiter von diesem Betrieb. Wir befinden uns im Maschinerum der Seilbahnhochkasten. Ich werde euch heute das Wetter präsentieren. Fangen wir mal an. Am Freitag haben wir unten Grau und oben Blau. Am Samstag haben wir ein wenig wechselhaftes Wetter. Wolken, schön blauen Himmel wechseln sich ein bisschen ab. Am Sonntag sieht es so aus, dass wir einen wunderschönen Herbsttag haben. Wir danken vielmals fürs Zulassen, wünschen euch ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.